Aus Versehen beendet. So, das werden keine Pilzrahmnudeln. Das werden Zwiebel, Pilz, Hähnchenfleisch, Rahmsoße mit Nudeln eher als Gewürz. Aber ich glaube das frischeste, geile Mittagessen, das ich seit Monaten gekocht habe. Und auch wenn es im Grunde ja nur in der Erhitzung ist, schmeckt es einfach psychisch, immer frisch im Feuer einfach geiler. Aber wem soll ich das sagen? Bier aus dem Glas schmeckt auch immer besser als aus einer Plastikflasche. Zum Wohle, aber hat halt diesen Dickkühler Charakter. Ist mein letztes Bier. Aber jetzt so beim Warten, beim Kochen und gleich beim Essen, geile Sache. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt gelangweilt seid und ich ausmache oder ihr dann sagen würdet, ach ne, hau doch irgendwelche dämlichen Weisheiten raus, während du dieses leckere Essen zubereitest. Schon gerade spannend. Wir können ja vorspulen. Gute Frage. Aber es dauert halt echt noch ein Weilchen. Mir fällt auch gerade echt nichts Kluges mehr ein. Deswegen mache ich jetzt doch erstmal nochmal kurze Pause, hau gleich die Nudeln rein und zeige euch dann glaube ich einfach das fertige Ergebnis. Auf dem ganzen Weg dahin warte jetzt mit dabei. So, bis gleich.